Herzlich Willkommen zum besten Podcast im ganzen Universum. Trick 17 mit Ben und Kai. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum neuen Trick 17 im neuen Gewand in neuer Form mit neuem Konzept, neuem Aussehen. Aber mit den alten Leuten. Aber mit den alten gleichen Leuten. Das ließ sich leider nun mal nicht ändern. Und die alten Leute sind auf der anderen Seite der Kai. Hallo. Hi und der Ben. Das bin ich. Hallo. Ja, wir haben einiges vor im Jahr 2017. Wir haben einige Zöpfe abgeschnitten und einige Dinge über den Haufen geworfen. Möchtest du erzählen, was wir uns grundsätzlich gedacht haben? Genau, wir haben das ja in der letzten Sendung, also im vergangenen Jahr noch ein bisschen angedacht und ein bisschen laut ausgesprochen. Wir haben ja natürlich auch eure Anregungen aus der Hörerinnen- und Hörerumfrage berücksichtigt. Und ja, das Format wird kompakter. Wir kümmern uns jetzt nicht mehr um 17 Sachen. Das war halt ganz witzig, weil Trick 17 und 17 Sachen, haha. Aber wir kümmern uns jetzt um ein Thema, dafür aber ein bisschen ausführlicher, ein bisschen besser vorbereitet und auch nicht auf einen Schlag, wie man bei uns in Westfalen sagt. Sondern? Sondern aufgeteilt. Denn diese Folge wird keine normale Folge. Es wird zum Teil natürlich die erste Folge werden im neuen Konzept. Aber das ist auch nur eine Aufruffolge. Wir möchten euch nämlich jetzt vorstellen, was wir uns als ersten Themenblock rausgesucht haben. Und einfach erzählen, was wir uns gedacht haben. Dann wird ein bisschen Zeit ins Land streichen. Ihr habt Zeit und Lust und Laune hoffentlich, euch auch einzubringen und uns zu antworten und mit uns Kontakt aufzunehmen und vielleicht auch mit uns zusammen zu experimentieren. Und dann gibt es einen zweiten Teil der ersten Folge in einigen Wochen oder Tagen. Müssen wir mal gucken. Und da werden wir dann sagen, was wir experimentiert haben, was wir rausgefunden haben. Und das wird dann schon eher so eine Hier-könnte-man-was-lernen-Folge. Diese Folge ist erstmal nur der Aufruf. Und da das alles so besonders ist, haben wir uns gedacht, wir fangen sogar wieder vorne an zu zählen. Also es ist wieder Folge 1. Die Folgen kürzen wir jetzt nicht mehr mit TS ab, sondern mit Tri. Aber es ist Folge 1, also heißt es Tri-01. Und da es der erste Teil der Folge ist, ist es Tri-01.1. Die nächste Folge wird also Tri-01.2 werden. So habt ihr immer im Blick, was es alles Neues gibt. Ich bin sehr gespannt und ein bisschen aufgeregt. Mein Gott, das ist alles so neu, wo uns das Ganze hinverschlagen wird. Aber dann sagt doch erstmal, worum es in dieser Folge gehen soll. Und in der nächsten. Es geht in dieser und dann besonders intensiv in der nächsten Folge um NFC-Technologie. NFC steht als Abkürzung in diesem Fall für Near-Field-Communication. Das ist ein Funkstandard. Und da geht es darum, erstmal ist es eine technologische Sache. Klar, wir sind jetzt hier im, wenn wir jetzt im alten Format wären, in der Rubrik Technik. Und man kann mit diesen NFC-Chips, die zu dieser Technologie gehören, ganz spannende Sachen machen. Aber vielleicht erzählen wir erstmal noch ein bisschen, was es mit Near-Field-Communication und NFC so auf sich hat. Genau. Mit NFC, du hast es schon gesagt, ist ein Funkstandard, kann man drahtlos Daten übertragen. Entweder zwischen Smartphones oder auch bestimmte Informationen NFC-seitig über diesen Funkstandard auslesen. Und das ganze technische Protokoll und Prinzip, worauf es basiert, nennt sich RFID. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das heißt Radio Frequency. Was heißt das? Wo ist das? Wo steht das? Induced. Ich hab's jetzt auch können. Information Fart. Das F steht für Fart auf jeden Fall. Mein Gott, das geht gut los. Wir sind es auch nicht gewohnt. Wir sind auch viel besser vorbereitet. Ja, ich hab's, ich hab's, da stand's, jetzt hab ich's weggeguckt. Radio Frequency Identification. Das ist ja langweilig. Also. Okay, hätte man sich denken können. Funkstandard. Ähm, naja. Man kann mit so einem NFC, also das Besondere daran ist bei NFC natürlich, dass man sehr, deswegen ja auch Near-Field, dass man sehr nah aneinander sein muss. Also es kann maximal so ein paar Zentimeter zwischen den beiden Objekten, die miteinander kommunizieren wollen, liegen, damit man überhaupt noch was übertragen kann. Und das macht's natürlich zum einen ziemlich sicher. Wir werden auch gleich über ein paar Anwendungsbeispiele sprechen, wo das heute schon eingesetzt wird. Ähm, weil man halt demjenigen, dem man Daten klauen oder zuschicken, zuschustern möchte, sehr nahe kommen muss. Das lässt sich nicht über, wie Bluetooth beispielsweise, was ja hunderte oder mehrere Meter weit reicht. Hunderte auch nicht. Aber mehrere Meter, das ist natürlich gefährlicher als so ein NFC. Aber so mit Verschlüsselung ist natürlich auch so eine, so eine kritische Sache. Thema Sicherheit könnten wir sicher auch nochmal zwei, drei Sätze darüber sprechen. Aber dann am besten vielleicht auch lieber mit einer Expertin oder einem Experten, bevor wir da jetzt hier gefährliches Halbwissen präsentieren. Aber so ganz unproblematisch, denke ich, ist das auch nicht. Aber wir wollen jetzt erstmal über die coolen Sachen sprechen. Aber da finde ich es besonders geil, dass wir jetzt wirklich nur diese Aufruffolge machen. Weil es ist, es gibt keine Regel mehr, außer dass wir beide diesen Podcast machen. Wenn sich herausstellt, wenn sich einer von euch meldet, der sagt, NFC, RFID, Funkstandards, total mein Thema. Dann haben wir auch viel Bock darauf, in der nächsten Folge oder in der nächsten Hälfte der Folge einen Gast zu haben. Also es ist alles möglich in der neuen Welt des Tricks, in der neuen glänzenden Welt des Tricks 17. Also, aber nochmal ein bisschen zurück zu, was ist NFC überhaupt? Ich habe ja schon angesprochen, Bluetooth ist ja auch so ein Funkstandard, mit dem man Daten übertragen kann. NFC ist ein bisschen langsamer, man kriegt so 424 Kilobyte pro Sekunde übertragen. Bluetooth kann da mehr. Aber das reicht zum Beispiel aus, um bestimmte Informationen, Daten, Musik, Bilder, Einstellungen, Sicherheitsschlüssel, Internetadressen, sowas zu übertragen. Es gibt zwei verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten. Einmal einen passiven und einen aktiven Modus. Der passive heißt, es muss keine Verbindung hergestellt werden. Das ist auch das Thema, womit wir uns in den nächsten Tagen und Wochen mehr beschäftigen werden. Also ein Gerät liest aus und eins liegt da rum. Oder ist es dann kein Gerät, sondern ein NFC-Tag zum Beispiel. Also so ein kleiner NFC-Magnet oder Spulenaufkleber. Der ist aber nicht aktiv, da wird keine Verbindung aufgebaut. Der wird einfach nur passiv ausgelesen. Und das aktive heißt, beide Geräte, die mit NFC kommunizieren, stellen eine Verbindung her und kommunizieren dann über diese Verbindung per NFC. Beispielsweise, wenn man jetzt Daten von einem Handy zum anderen überträgt, dann hält man einfach die Rückseiten aneinander. Und die können, ohne dass man ein Kabel zwischen die Handys steckt, dann über NFC, weil sie beide verbunden sind, Daten austauschen. Ist auch schon nicht so neu. NFC ist, jetzt erzähle ich alles, ne? Wie alt ist denn NFC, Kai? Nee, mach mal. Okay. Ist schon, was haben wir 2017? Schon 15 Jahre alt. Der erste Entwurf zu NFC, der stammt schon aus dem Jahr 2002. Und da haben sich die Firmen Philips und Sony Gedanken darüber gemacht, wie man denn so ein Standard zur Funkübertragung, zur Nahfeldübertragung von Daten machen kann. Aber wir wollen auch gar nicht so viel über die Geschichte erzählen. Wozu kann man es denn verwenden? Genau, also es gibt ganz, ganz viele Anwendungsfälle, von denen, glaube ich, die coolsten noch überhaupt nicht erdacht sind. Darum fanden wir beide das Thema, glaube ich, beide gleich spannend. Dadurch, dass es jetzt noch vergleichsweise neu ist, denke ich mal, gibt es auch noch eben, wie gesagt, Anwendungsfälle, die noch nicht erdacht wurden. Was jetzt im Moment schon aktuell ist, ist zum Beispiel das Thema bargeldlose Zahlen. Für kleine Beträge muss man dazu sagen. Da kann man zum Beispiel, also einige Banken hier in Deutschland bieten das mittlerweile auch schon an unter bestimmten Markennamen, dass man dann eben, wenn man Brötchen holt oder zum Kiosk geht, sich eine Zeitschrift holt, da nicht immer mit Münzen um sich wirft, sondern da kann man mittlerweile dann mit dem Smartphone auch bezahlen, wenn es entsprechend mit der Bank so eingerichtet ist und da Geld hinterlegt wurde. Also das wäre eine aktive Methode, das NFC-Zahlungsmodul an der Kasse, das verbindet sich mit dem Handy und die beiden kommunizieren aktiv. Da wird dann auch wieder noch Verschlüsselungsgelöt ausgetauscht und dann zack, fließt das Geld. Alles verifiziert und hin und her geworfen. Aber ja, das wird auch wirklich schon bei Discountern auch in Deutschland und auf der Welt eingesetzt. Deutschland ist natürlich wie immer ein bisschen hinterher, aber auch da gibt es Experimente und Versuche, Feldversuche. Einfach statt irgendwie Pinnnummer eingeben, an der Kasse zehn Minuten stehen, wird da Betrag genannt, Handy dran halten, piep, eine Sekunde bezahlt. Also da gibt es viel Potenzial. Ja, erzähl weiter, was gibt es noch? Datenaustausch zwischen Smartphones, da ist zum Beispiel jetzt so das klassische Beispiel, Kontaktinformationen auszutauschen, wenn man jetzt, sei es jetzt geschäftlich oder privat, Menschen kennengelernt hat und sagt so, wir tauschen hier mal unsere Kontaktdaten aus. Geht das mit NFC natürlich schneller, als sich da irgendwelche Kurznachrichten zu schicken oder dann sogar einzelne Adresse oder so einzutickern, sondern dann innerhalb einer Sekunde hat man das dann entsprechend ausgetauscht. Da würde ich halt sagen, ist halt auch ein Sicherheitsthema, weil wenn du dann jemanden gerade kennengelernt hast, weißt du eben auch nicht, was der in so einem NFC-Datensatz vielleicht hinterlegt haben könnte. Und wenn man dann praktisch bis zum Rachen in so ein Telefon reingreifen kann mit dieser Technologie, würde mich interessieren. Fände ich spannend, ob da eben Missbrauch möglich oder bekannt ist und ob man dann vielleicht diese Methode jetzt nicht unbedingt von Leuten, denen man noch nicht weiß, ob man den Vertrauen kann, anbieten darf. Aber die Sicherheit ist halt dahin gegeben, wenn ich der Person vertraue, dann muss ich halt wirklich ganz dicht mit meinem Handy an sein Gerät. Genau. Und dann, wenn ich halt nicht dicht rangehe, dann kriege ich da auch meine Daten nicht. Ja, klar. Aber du siehst halt eben nicht im Gegensatz eben zu einer Kurzmitteilung oder zu einer Visitenkarte, siehst du halt zum Beispiel, was in so einem NFC-Tag drin ist, siehst du ja im Idealfall, wenn du dein Telefon schon drangehalten hast. Aber ich weiß eben nicht, ob da eben unsichtbar auch schon Sachen übertragen werden könnten oder eben freigegeben werden können auf deinem Telefon, über die dann jemand dich angreifen könnte. So ein bisschen wie so ein URL-Shortener, ne? Ja. Ja. So was halt. Das ist jetzt aber einfach nur paranoides Gebrabbel, weil wenn ihr da Ahnung von habt, dann erklärt uns das gerne nochmal ein bisschen genauer. Machst du da gerade irgendeinen Klettverschluss auf und zu? Entschuldige. Oder die Hose? Irgendwas? Nein, nein. Klebeband. Ich klebe mich hier gerade mit dieser Film zu. Solange du den Mund freilässt, ist mir das egal und solange du nicht das Band abziehst während der Aufnahme. Ja, wofür geht's noch? Zum Beispiel kennt ihr vielleicht diese Touch-and-Travel-Boxen bei der Deutschen Bahn, also diese blauen Kästen, wo man sein Handy einfach ranhalten kann. Dann wird eingeloggt, jetzt fahre ich los und wenn ihr aussteigt, dann haltet ihr das Handy nochmal da dran und dann weiß die Bahn, wie lange ihr gefahren seid und rechnet euch das entsprechend ab. Auch das passiert und basiert auf Basis von dem NFC-Standard. Intelligente Werbung ist natürlich ein Thema. Wir haben es jetzt eben nur so im Vorbeigehen erwähnt bei der Einleitung. Aber diese NFC-Tags haben noch den unheimlichen Vorteil, dass sie relativ billig hergestellt werden können. Zum Teil können eben die Leiterbahnen, die für diese Technik benutzt werden, eben mit entsprechend speziellen Kunststoffen gedruckt werden, sodass dann so ein einzelner Tag im Cent-Bereich von den Kosten her liegt. Das kann dann eben auch für Medien genutzt werden, die man massenhaft verbreiten will, zum Beispiel Werbung. Man könnte eben so etwas in Plakate oder in kleine Flugblätter einbetten und entsprechend weitere Informationen, Unternehmenswebsite, weitere Infos zu einem Produkt oder einer Veranstaltung dann in diesem NFC-Chip hinterlegen. Und die Person, die das dann eingescannt hat, muss da nicht noch rumsuchen oder sich, das geht mir zum Beispiel oft so, dann sieht man doch mal eine interessante Werbung und nimmt sich vor, mal auf die Website zu gehen. Und dann ist man zurück zu Hause oder sitzt irgendwo dann im Café, hätte Zeit dazu, aber hat das dann schon wieder vergessen oder aus den Augen verloren. Ja, oder zum Beispiel auch Werbung für ein Konzert oder für einen Auftritt, da habe ich auch als Beispiel schon, also nicht in der Stadt, aber zumindest gelesen im Internet, dass es das gibt. Du scannst einfach diesen NFC-Tag auf dem Werbeflyer oder auf dem Plakat und dann speichert es dir in deiner Kalender-App deines Vertrauens den Termin, wann dieses Konzert stattfindet, ein, automatisch, ohne dass du irgendwas in deinen Kalender eintragen musst. Weil NFC ist halt ein Standard und jedes NFC-Gerät kann, wenn es vom Typ Kalendereintrag ist, das ist ja auch nur dieser iCal oder welcher Standard, kann dann das verarbeiten. Genau. Wichtig wären da eben zum Beispiel auch Informationen, was man damit aufruft. Also ohne jetzt zu wissen, was so ein Werbeplakat mir dann über diesen Chip mitteilen kann, würde ich da auch nicht so ganz unvermittelt mein Telefon dran halten. Von daher, also da bin ich vielleicht wirklich ein bisschen skeptischer, aber der Nutzen liegt sicher auf der Hand, dass man dann solche Daten und Infos direkt sich holen kann. Und es ist passiv, man liest nur aus. Das heißt, klar, kann man da irgendwelchen Schadkram auf das Handy spielen, aber es ist nicht nachvollziehbar, wie viele jetzt diesen NFC-Tag ausgelesen haben. Du kannst ja zum Beispiel auch Verknüpfungen zu Dateien drauflegen. Das können wir ja dann später, wenn es um Ideen geht, was man damit anstellen kann, dann auch nochmal berücksichtigen. Ob wir da irgendeine Idee haben, wie man sowas einsetzen kann, im guten Sinn natürlich. Wir wollen da ja nicht irgendwelchen Blödsinn verbreiten oder irgendwelche ärgerlichen Sachen. Aber das kann man natürlich auch für gute Zwecke einsetzen, dass man sich eine Datei aufs Handy ziehen kann. Man kann natürlich auch das als Schlüssel benutzen, wenn man entsprechend elektronische Verschlussmechanismen hat, die dafür ausgelegt sind. Du meintest, teilweise kann man das schon bei Autos verwenden, wird das schon bei Autos verwendet. BMW hat das, glaube ich, schon eingebaut, dass du mit deinem Handy dein Auto entsperren kannst. Was passiert, wenn jemand das Handy klaut und dann in dein Auto steigt? Aber wir müssen jetzt nicht bei jedem Punkt immer das Kritische sehen. Es geht nur um die Beispiele erstmal, sonst macht es auch keinen Spaß. Klar, das kann man diskutieren, aber es ist möglich. Die Hörer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was verkaufen die da gerade? Deswegen rufen wir jetzt gleich dazu auf, selber Ideen zu finden, was man denn mit NFC noch alles machen kann. Aber ich würde sagen, um, achso, ein Beispiel habe ich noch, ein ganz cooles, das habe ich nämlich auch gelesen und fand es sehr witzig. In Österreich beispielsweise, die österreichische Post, die hat NFC-Tags oder NFC-C-Chips auf ihren Paketbenachrichtigungen. Und gerade bei großen Wohnblöcken gibt es dann so eine große Postbox, wo die Pakete abgelegt werden, die man aber nicht einfach so aufkriegt. Aber wenn man den NFC-Tag auf der Benachrichtigung scannt, dann öffnet sich da die entsprechende Box, ohne dass man noch irgendeinen Code eingeben muss oder irgendeine Pin oder sowas. Also auch da sind die Österreicher weiter als wir. Gut, jetzt aber mal Butter bei die Fische Kai. Wie machen wir jetzt weiter? Genau, wir haben uns beide schon NFC-Tags besorgt. Du hattest ja gesagt in der vergangenen Sendung, dass du da Bock drauf hast, hast dir welche bestellt. Für diejenigen unter euch, die jetzt mit experimentieren wollen in der nächsten Folge oder das nachempfinden wollen, was wir da ausprobiert haben, haben wir natürlich hier so Links in die Shownotes dieser Folge gepackt. Das sind Affiliate-Links oder nicht, Ben? Ja, ne? Das sind noch keine, aber wenn die Hörer draufklicken, werden es welche sein, ja. Okay, genau. Also da verdienen wir dann auch einen halben Cent dran, wenn ihr das über uns kauft und euch kostet es nicht mehr. Ich habe meine geschenkt bekommen und wir haben jetzt herausgefunden, dass die in der Form oder so nicht mehr angeboten werden. Es sind natürlich Standard-Tags, aber ihr könnt dann, wenn ihr wollt, die, die Ben geholt hat, bestellen. Und die sind sportbillig, ne? Ich gehe aber davon aus, dass die Sachen, die bei dir funktionieren, mit meinen auch funktionieren würden. Ist alles ein Standard, genau. Also ich habe jetzt 20 Stück bestellt, die haben nicht 11 Euro gekostet und die sind auch wieder beschreibbar. Das heißt, man kann nicht 20 Mal irgendwas probieren, sondern wenn man den einen nicht mehr braucht, dann kann man den auch wieder überschreiben und was Neues drauf programmieren. Auch alles nur mit dem Handy, man braucht nur diese Tags. Und ihr braucht natürlich ein Handy, das NFC unterstützt. Aber so seit den letzten zwei, drei Jahren alle Handys, alle modernen, größeren Handys, ich glaube seit dem 6er iPhone, seit 2014 und auch die ganzen Android-Geräte, die können das mittlerweile. Aber schaut lieber vorher hin, bevor ihr euch die Tags bestellt und dann merkt, oh, mein Handy kann das gar nicht. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass ihr damit experimentieren könnt. Aber da hätten wir sehr viel Spaß dran, mit euch zu diskutieren, was ihr dann probiert, was wir dann probieren. Denn unser Plan wird sein, in den nächsten Wochen mal zu gucken, wie sich denn solche NFC-Tags im Alltag oder hier bei uns im Haushalt oder im Büro oder im Auto einsetzen lassen. Möglichst kreativ natürlich Lösungen finden. Vielleicht erleichtert es uns sogar an der einen oder anderen Stelle die Arbeit an irgendwelchen Sachen, die wir heute ziemlich umständlich machen oder gar nicht machen, aber gern machen würden. Und können mit NFC dann was leichter machen. Und natürlich wollen wir Spaß haben und experimentieren und vielleicht auch ein bisschen Quatsch und Blödsinn machen damit. So als kleinen Teaser, wir haben es schon, also gestern haben wir ja schon mal Vorbesprechungen gemacht. Wir haben es schon geschafft, NFC-Tags so zu programmieren, dass sich damit auch Ereignisse durch If This Then That, diesen Automatisierungsdienst, wenn ihr den nicht kennt, den stellen wir dann in der nächsten Folge nochmal detaillierter vor, haben wir aber auch schon mal bei Trick 17 in einer der älteren Folgen, dass sich die Events auslösen lassen. Also ich habe es schon geschafft, durch das Scannen hier nur zum Test mal immer bei Google Docs einen Eintrag in der Tabelle zu erzeugen mit Zeitstempel, wann ich den Tag gescannt habe. Aber das ist natürlich nur der technische Test, dass es funktioniert. Wie es genau funktioniert, erklären wir nächstes Mal und was man damit alles machen kann, erklären wir auch nächstes Mal. Genau. Ich wollte noch eine Sache kurz ergänzen, wenn ihr euch die Tags besorgt, die unterscheiden sich zum Teil noch durch die Speicherkapazität. In den meisten Fällen, wenn ihr jetzt wirklich nur eine einzelne Information darüber abrufen wollt, das könnt ihr mit allen Tags, glaube ich so, die man bekommen kann, also eine URL oder sowas ist ja dann auch nur ein paar Kilobyte groß. Aber es gibt auch NFC-Tags mit größerem Volumen, wenn ihr da also komplexe oder mehrstufige Schritte drauf speichern wollt, dann empfiehlt es sich vielleicht auch etwas größere zu bestellen. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, was meine für eine Speicherkapazität haben, aber das werde ich dann zur nächsten Folge spätestens auch wissen. Also ich gucke gerade mal nach, meine haben 168 Byte, also das ist natürlich nicht viel, das reicht für eine URL oder für, ich sag mal, so einen Kontakteintrag, so ein Adressbucheintrag mit Name, Adresse, Handy, E-Mail-Adresse, das reicht dafür. Viel mehr geht nicht, also ein ganzes Bild da drauf speichern oder so wird nicht funktionieren. Aber ein Link zu dem Bild geht dann wieder, ja. Achso, ein Beispiel aus der aktuellen, aus meinem aktuellen Umfeld fällt mir gerade noch ein. Es ist nämlich demnächst eine große Messe, bei der man Unternehmen teilnimmt und wir kriegen jetzt alle smarte Visitenkarten, wo auch so ein NFC-Ding drin sein wird, sodass wir dann unsere Kontaktdaten nicht einfach nur auf Papier austauschen, sondern bei Interesse jemanden direkt ans Handy halten und der kann unseren Kontakt dann direkt auch, ohne irgendwas einzutappen, abspeichern. Auch da wird das im Einsatz sein, bin ich gespannt. Gut, dann habe ich jetzt auch noch ein Beispiel, was ich gerade vor der Nase habe. Ich habe das allerdings auch noch nicht probiert, das kann ich dann auch in der nächsten Folge berichten. Bei meinem Drucker, der relativ neu ist, ist auch ein NFC-Symbol dran, sodass ich und dann mit dem Marken, ich schätze mal, das ist ein Markenname, Tap and Print, also wieder so ein Konzept, was dahinter steckt, sodass ich eben mit dem Smartphone direkt Dokumente drucken kann. Handy dran halten und er druckt es dann aus, ne? Ja. Genau. Oder er lädt irgendwie eine App runter erstmal, keine Ahnung, ob man da erst noch was vorbereiten muss oder ob er das dann wirklich direkt raushaut, was man da auf dem Telefon hat. Aber jetzt, dann der Aufruf, beteiligt euch, wenn ihr mitmachen wollt, bestellt euch Tags, das dauert ja nur zwei, drei Tage, bis die da sind und die nächste Folge werden wir nicht in drei Tagen aufnehmen, sondern eher so in zwei, drei Wochen vielleicht, wenn wir genug Zeit zum Experimentieren hatten. Also macht ruhig mit. Erfahrungsgemäß können wir wahrscheinlich sagen, dass wir ziemlich viel in unserer Telegram-Gruppe diskutieren werden, auch wenn die Hörer oder die Mitleser das da noch nicht wissen, aber da seid ihr halt, da können wir halt wirklich chatten und live dabei sein und die URL oder den Link zur Telegram-Gruppe findet ihr auch in den Sendungsnotizen. Kai, der schreibt ihn gerade rein, ich seh's gerade. Ich notiere nur, dass wir das dann wirklich auch machen. Das ist das Schöne. Heißt aber, ich kann ja die URL einmal sagen, es ist t.me, Telegram, also ist ja schon so ein Kürzel von Telegram, t.me slash trick17podcast, trick17podcast. Und dann kommt ihr direkt in unseren Telegram-Chat. Der umfasst derzeit eine stattliche Anzahl von x Mitgliedern, werdet ihr ja dann sehen. Und da findet auf jeden Fall viel Diskussion statt, noch mehr auf Twitter. Aber ihr könnt uns auch gerne auf Twitter schreiben oder eine E-Mail schreiben. Die Kontaktdaten sind verlinkt. Ja, und es interessiert uns natürlich auch, wie ihr das neue Sendekonzept findet. Also sollen wir eher wieder zurück zum alten? Wird nicht passieren. Oder findet ihr es gut, wie wir es jetzt vorhaben? Wir haben auf jeden Fall mega Bock drauf und sind schon gespannt, was wir alles rausfinden werden zum Thema NFC und was ihr uns noch dazu erzählen werdet. Jo, würde ich sagen. Wir bleiben in Kontakt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und ja, dann bleibt nichts anderes als zu sagen. Kleiner Drei. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ben und Kai. Ben und Kai, genau. Schau, schau. Hey, Slogan. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.